Salve, Buonasera Knacks der Ton, ich hoffe es ist alles klar Gib mir kurz ein Feedback Das sage ich jetzt auch auf Deutsch Damit es bei allen ankommt Weil ich glaube auch Das hier am Stream Für Italienisch Fortgeschrittene Un'altra puntata Dei miei Stream in Diretta Per Italiano Avanzato Che bello E va bene Michele Non devi fare tutto questo casino È solo uno Stream Ci metti pure le trombette Pure il palcoscenico Ok, va bene Un'altra puntata Dei miei Live Stream Ok, tutto bene? Bene? Tutto a posto? Ok, e niente in ordine Va bene Allora Vi... Sì, ciao, va bene Vi do Il benvenuto A questa A questa puntata Questo è un Live Stream Uno Stream in Diretta Per Italiano Avanzato Ehm... Sì Ecco, tutto bene Va bene Sono... Ho fatto un po' tardi Sono stato un po' tardi Per die 5 minuti di ritardo Ehm... Questo per Italiano Avanzato Für alle Anfänger Come secondo piatto Le fettine Le fette di pollo Ehm... Eh sì E se non avessi comprato il pollo Poi mia famiglia si sarebbe arrabbiata Soprattutto mio figlio D'altra parte Ehm... Sapevo Che Probabilmente Avrei fatto tardi E allora c'era questo Imbarazzo della scelta Chi devo fare Far arrabbiare di più Voi O la mia famiglia E spero che Voi Mi possiate capire Che Ho scelto la famiglia Perché Devo tornare dalla famiglia Dopo questo stream Ehm... Non da voi Quindi Se torno dalla famiglia Sono guai Pure stasera Così Facendo tardi Cinque minuti Sono guai Solo per qualche secondo Ehm... A parte quello Eh... Sono pugliese E non posso essere sempre in tempo Giusto? Ok Das war es ein klein einstieg Per farvi Ascoltare Sentire l'italiano E Ok Adesso sto leggendo questi commenti Eh... Tanti auguri Auguri Sì Questa è una puntata Speciale Per cui Io volevo mettere Il palcoscenico Le trombette Lo champagne E tutto Sto casino Perché Eccoci Cinque mila abbonati Eh? Grazie a voi E mille grazie A ognuno di voi Adesso non vorrei contare Fino a cinque mila Ehm... Pur Sapendo Molti nomi Già Però non cinque mila Eh... Tante grazie Perché Sento Ehm... Veramente Da parte vostra Sento Un entusiasmo Ehm... Anche una Una gioia Per me Per aver raggiunto Questo obiettivo Ehm... Vi ringrazio Eh... Profondamente Di cuore Un grande Grazie Un immenso Grazie A tutti voi Cinque mila Caspita Sì Incredibile Ok State bene Io sto bene Vi potete immaginare Eh... Già Cinque mila Eh... Mi sa che siano arrivati I cinque mila Un'ora fa Due ore fa Perché stamattina Eravamo A Quattromila Novecentonovantasei Eh... Fino a All'una Alle due Sempre lo stesso numero Però adesso ovviamente Abbiamo raggiunto I cinque mila Grazie Grazie a tutti Ok Allora Questo è un Live stream Per italiano avanzato Eh... Una cosa devo dire Già Prima di tutto Perché Io adesso Come sentite Parlo Solo in italiano Non vorrei Parlare Troppo lentamente Sì Cinque mila Sì Ecco Uno Due Tre Quattro Cinque E basta Michele Basta Basta Ok Porta Le trombette Allora Eh... No Ripeto Sì Volevo dire Parlerò Molto in italiano Perché Ogni tanto Mi chiedete C'è chi mi chiede Mi chiede Per favore Parla più in italiano Non tanto in tedesco E... Allora Devo spiegare Lo... Grazie Elke Lo... Ve lo spiego in italiano Ogni tanto Devo Essere sicuro Che voi capiate Che voi abbiate capito Il mio trucco Eh... Perché I trucchi Eh... Praticamente Il mio metodo Si basa Su questi Trucchi Eh... Come Escere A... A fare La coniugazione Eh... In modo Eh... Diciamo Eh... Fluido E... E ci vorranno Dei trucchi E questi trucchi Eh... Hanno a che fare Anche un po' Con la psicologia Quindi Per questo motivo Visto che io ci tengo molto Che voi capiate Eh... Li devo dire Eh... Questi trucchi Li devo dire Spiegare in tedesco E... Lo farò Anche in futuro Altrimenti Non mi sento sicuro E non potrò Dormire bene E poi Se non riesco A dormire bene E come devo Riuscire a fare bene Questo live stream Eh? Ok? 1 a 0 per me Eh... Anche Per livello avanzato Però cerco Di ridurre Il più possibile Eh... La lingua tedesca E... Beh Allora Direi Eh... Sì Mi avete fatto Gli auguri Eh... Guardo Do un'occhiata Chi c'è Dani Rita Eh... Sì Ottimo Ah... Perfetto Poi Non so C'è un altro Studente Che Se vi ricordate Che è Esperto In cercare Il pelo Nell'uovo E oggi Eh... Un minuto Di ritardo È dovuto Al fatto Che io ci Ho controllato Due tre volte Per non aver scritto Quindi è colpa tua Eh... Quel minuto È colpa tua Gli altri tre minuti Sono colpa mia Va bene Allora Io direi Faremo Cominciamo Prima Con un piccolo esercizio Un breve esercizio Lo stesso esercizio Che abbiamo fatto L'altra volta All'inizio Eh... Perché ovviamente Vi è piaciuto Tanto E poi vi spiego Come Proseguiremo Con il condizionale I cassetti I gradini Schubladen Stufen Etc Ok Va bene L'inizio Allora Die Übung Ganz kurz Auf Deutsch Ich schicke euch Fragewörter Und Irgendein Schlüsselwort Dazu Also Was habe ich mir da Schlaues notiert Dieses Mal Für alle Die mal Fragen Zwischendurch haben Die neu sind Oder so Traut euch Ah Ecco Visto Lo studente Hai guardato Hai visto Fortgeschritte Lo scritto Perfettamente Ok Machen wir Ein schönes Fragewort Also ich schicke euch Ein Fragewort Und ein Assoziationswort Also zum Beispiel Come Ist das Fragewort Und bar Va bene Und jetzt dürft ihr Mir eine Frage stellen Stellt euch vor Ihr steht vor mir Braucht mir nicht vorstellen Michele Ich bin ja vor dir Ok Va bene Logica Pugliese Und Diese Anfangsübung Ist ein bisschen langsamer Im Gegensatz zu meinen Speedübungen Da könnt ihr mir jetzt Mal schreiben Was euch so für Fragen einfallen Mit Come Und bar An mich gerichtet Die ersten zwei Machen wir mal Da dürft ihr entscheiden Wie Welche Zeit Und dann machen wir mal Ne stufe mehr Scrivetemi 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 Aber ich will ja ein bisschen Kleinen Frill Eine Sfida Für euch geben Die muss in der Du Form Gestellt Also bitte Stellt in der Du Form Ok Oder So Hatschauen mal Come Si chiama Questo Bar Ja Kann Mi schon Fragen Aber ich Mache Eine Frage In der Du Form Come Ti Piace Questo Bar Das ist Sehr Schöne Come Ti Piace Questo Bar Come Ti È Piaciuto Il Bar Dove Ti Hanno Invitato Ieri Come Vogliamo Al Bar Stasera Come Vogliamo Sabine Da fehlt Wahrscheinlich Come Vogliamo Andare Wie Wollen Wir In Die Bar Fahren Oder Gehen Come Beverebbe Il Tuo Whisky Al Bar Al Jürgen Beverebbe Können wir Nachher Nochmal Machen Ich schreibe Es mal Rein Keine Korrektion Korrektur Kein Korinthen Kackamäßig Einfach So Dass Du Weißt Il Tuo Whisky Al Bar Jetzt Kommt Eine Wichtige Information Io Non Bebe Whisky Non Mi Fa Lo Whisky Non Mi Fa Bene Lo Whisky Allora Però Se Lo Dovessi Bere Lo Berrei Con Ghiaccio Molto Ghiaccio Come Hai Bevuto Al Bar Come In Modo Elegante Gerlinde Certo Io Al Bar Bevo Solo Seht Dieses Frage Frage Worte Es Bewusst Weil Kommt Dir Piaci Hotel Bar Spürt Ihr So Viele Fragen Drumherum Also So Viele Möglichkeiten Gibt Es Nicht Das Es Auch Mein Sinn Übeln Dass Ihr Spürt Ja Dass Ihr Sagt Okay Sowas Passt Wahrscheinlich Eh Weniger Zusammen Bar Wahrscheinlich Mit Dove Ja Okay Perchè non ti Piace Il mio Bar Si Mi Piace Ma non ci sono Maestato Ich war Noni Do Pero Mi Piace Rébe Es Wird Mir Gefallen Okay Das Nächste Ähm Ja Was Nehmen Mal Was Schönes Okay So Come Mai Und Libro Ja Beim Libro Könnt ihr ein bisschen Variieren Libri Könnt ihr ein Buch nehmen Oder Bücher Aber Come Mai Eine Frage An Mich Mit Come Mai Und Libro Ich würde sagen Adesso Sono Le 6 16 Facciamo Questo Esercizio Fino Alle 6 20 4 Minuti Un Po Di Freestyle Per Voi Parlare Attiva Me O Scrivere Anzi Parlare No Okay Dove La mia Penna Nel Frattempo Prendo La mia Penna L'ho Messa Come Come Mi Mi Un Libro Come Mai Non Vendi I Tuoi Libri Anche Te Grazie Per Il Dito Nella Piaga Sally Lo Farò Lo Farò Okay Manno Un Altro Una Sfida Una Sfida Grazie Nicolás Per Gli Auguri Una Piccola Sfida L'imbarazzo Della Scelta L'imbarazzo Della Scelta Prendiamo Ah Ok Und Ok Aki Und Fragole Ok So Diese Frage Müsst ihr jetzt Nicht unbedingt In der Du Form Stellen Das geht Natürlich Auch Nicht Okay Also Diese Frage Jetzt Nicht In der Du Form Aber Macht Eine Frage Aus Aki Und Fragole Also Unas Fida Ich Ich habe mich jetzt für die Sfida entschieden Beim letzten Beispiel Nicht Per La Cosa Facile Per La Sfida Ah Hatten wir schon Ok Grazie Rita Dann machen wir Dann machen wir Was anderes Ok Grazie Grazie Ok Dann mache ich Ok Dann machen wir das Quanto tempo Ho sete A quanto tempo Und Metodo Allora Come state Tutto bene Sì Avete Passato una bella giornata Una giornata impegnativa Io Mi sono alzato Non Vabbè Un po' presto Non tanto presto Da quanto tempo esiste questo metodo Ok Da Parecchio tempo Però io direi Il mio metodo Non è mai Oggi Non è mai Non è più come era Cinque anni fa E cinque anni fa Non era come Dieci anni fa È sempre dinamico La base però La mia idea esiste Da una ventina di anni Da quanto tempo Insegni Con il tuo metodo Oder insegni Il tuo metodo Beides Wär richtig Danni Dein Satz Wär Seit wann Unterrichtest du Deine metodo Also ich bring Sì Menden bei Lo faccio Ange L'ho Anke Fatto Sì Con il mio metodo Da una ventina D'anni Da quanto tempo Stai usando Il tuo metodo Da quanto tempo Usi questo metodo Da quanto tempo Usi il metodo Insegnare Da quanto tempo Perfetto Genau die verben Die ich erwartet hab Insegnare Usare Mehr viel geht Nicht mehr Vedete Spürt ihr auch Ihr habt dann nicht mehr So viel auswahl Von verben Ok Va bene Bel riscaldamento Una piccola storiella Ok Prima di fare Cominciare Con le Continuare Una piccola storiella Allora Parlo Di una mia Studentessa La conosco A me Molto stretta Ormai La conosco Da direi Dieci anni E lei È una buon Gustaia Ci tiene molto A mangiare bene Come me E comunque Nel corso Degli anni Si è stabilito Questo rapporto Che noi Ogni volta Che ci incontriamo Per un corso Settimanale Cioè Una volta Una volta Alla settimana Ci incontriamo Sempre A mezzogiorno Per poter Combinare Lezioni Di italiano Con Un pranzo Insieme Perché Ormai Per questa mia Studentessa Quando lei Pensa Una lezione Di italiano Con me Pensa automaticamente A mangiare Insieme a me Ok E nel corso Degli ultimi anni Ha fatto Già Non so Tre Quattro Cinque corsi Anche in Italia Lingua e cucina Sempre Quindi Sì Ok Poi Qualche settimana Fa Avevamo Fissato Un mini Corso Intensivo Quattro Cinque ore Di seguito Mezza giornata E normalmente E lo facciamo Ogni Quattro Cinque settimane E Normalmente Poi ci incontriamo Verso le dieci A casa sua E poi facciamo Due tre ore Di corso Di lezione Poi cucino Qualcosa E ufficialmente Cuciniamo Qualcosa In realtà Sono io a cucinare Però mi piace molto No E Perché mi piace Far impazzire Un po' I miei studenti Dalla mia cucina E allora E cuciniamo E mangiamo insieme Poi un'altra oretta E così sempre Così facciamo Il nostro corso Ormai lo facciamo È una tradizione Diventata una tradizione Ok Però l'altra volta Ho osato Usare Di fare qualcosa È Wagen Ho osato Di Perché ero un po' Andavo un po' Scarso col tempo Non avevo molto tempo Molti corsi E non sapevo Come inserire Cinque Sei ore Sì Con tutti gli altri corsi Che c'ho Allora Ho osato Di Scriverle Es come Un bisschen Conjunctivo And so Vani Ho osato Di scriverle Un messaggio Un sms E chiederle Di Accorciare La lezione Quindi di fare Tre ore Di power E così avevo scritto In italiano Facciamo tre ore Di power training E saltiamo Quindi cancelliamo Il pranzo Normalmente Questa mia cliente Non è che risponde Immediatamente Ogni tanto Ci mette anche Una giornata Due giorni Per rispondere Però questa volta Vi potete già immaginare No? Dopo dieci minuti Neanche dieci minuti Allora Mi scrivi Ma questo è tutto stressante Ma se deve essere Un power training Ma sei impazzito Io Power training Non sono fatto Perché Non sono fatta Per questa roba Eh Io voglio mangiare Voglio fare una cosa Ok Vabbè Aveva ragione No? Perché come mai Posso rompere Una tradizione Cioè Posso solo Solo a pensarci Eh Come mai Posso osare Di Ok In quel momento Leggo L'sms Yes Magari Non l'avessi fatto Etti Sto Non l'ischiamo Magari Non le avessi chiesto Etti Sti Donnichi Frate Ma che scemo sono Ma quanto sono scemo Ma come cazzo Mi è venuto in mente Una cosa del genere Di chiederle Sapendo Che questa mia cliente Posso chiederle tutto Anche un milione Però mai Di saltare il pranzo Mamma mia E mi sono pentito Allora ho subito Risposto Poi Ci sono Sono riuscito A calmare La situazione Alla fine L'abbiamo fatto Il corso Perché Non potevo Non farlo In modo tradizionale Eh Sì Eh Quindi Se non avessi scritto Questa Questa sms Mi sarei Risparmiato Molto stress Sì Sì Non avrei dovuto Richiamarla E Calmarla E Sì Quindi Ok Questa è la mia storiella Per oggi Ok Datemi 10 secondi Per prepararmi Ripensate un po' Auch das ist Eine schöne Übung Ich habe euch Jetzt mal Eine Geschichte erzählt Ja das machen wir Jetzt doch mal Lasstit doch mal 20 Sekunden Revue Passieren Die Geschichte Und vielleicht fallen euch Da ein paar Schlüsselwörter Ein Einfach so chronologisch Ok Vengo subito Ok Ich brauche Mein Werkzeug Jetzt Ok Ok Okay, ganz kurz auf Deutsch. Ich habe die letzten zwei, drei Male ein System geübt, das ich erst vor kurzem eingeführt habe. Zwei Systeme, einmal Stufen, beziehungsweise Sprungbrett und einmal Schubladen. Ich habe auch, ich wurde auch gefragt, ob ich diese Begriffe auch mal erklären kann, was, woran man dann im Grammatikbuch und im üblichen Buch dann danach schauen soll oder was das eins zu eins bedeutet. Also jetzt mal eine ganz kurze Erklärung zu den, und da machen wir auch gleich eine Übung, zu den Stufen, beziehungsweise Sprungbrett-Beckenübungen. Also, Sprungbrett-Beckenübung ist, wenn ihr euch erinnern könnt, das ist letztendlich, dass ihr ähnliche Formen, Verbformen, die einem eigentlich kompliziert vorkommen, wo man eigentlich denkt, okay, das ist ja so ähnlich, wie soll ich das unterscheiden können? Und da ist mein Trick, diese Ähnlichkeit in eine Waffe, in einen Vorteil umzumünzen. Und die Grundregel dabei ist, das Deutsche auszublenden. Also wirklich mal zu sagen, es ist mir jetzt egal, ob ich ich wäre oder ich werde sein oder du wirst sein, sage. Mir ist nur wichtig, dass irgendwie diese Formen zusammenhängen. Sprungbrett ist zum Beispiel Vorrei, Becken ist Vorrei. Ich schreibe das jetzt mal nicht. Ich hoffe, sind jetzt, also ich hoffe schon, dass neue Leute dabei sind, aber dass das jetzt nicht komplett neu ist. Oder auch im Präsens kann man das machen. Zum Beispiel Cento, in der Ich-Form, komme ich auf Centono. Oder von den A-Wörtern Parla auf Parlano. Oder von Parlare komme ich auf Parlate. Da gibt es also Tricks, deswegen spreche ich das jetzt, sage ich das kurz auf Deutsch. Und bei Parlare und Parlate oder Diremo und Diremmo ist es eben egal. Ist es jetzt Sprechen und Wir sprechen oder Ihr sprecht? Ist es jetzt Wir würden sagen oder Ihr werdet? Es ist völlig egal. Es soll nur, okay. So, was bedeutet das jetzt für ein normales Grammatikbuch? Und jetzt, die Situation, die kennt ihr sicherlich. Dass ihr diese Grammatik, da gibt es ja Verbtabellen, Bücher und so. Dass dann auf einer Seite ist dann das Verb Essere in allen Varianten. Und dann fängt es an, Präsens, Indikativ. Präsens, Konjunktiv. Imperfekt, Indikativ, Imperfekt, Konjunktiv. Präteritum oder Passato, Prossimo. Futur 1, Futur 2. Plus Komperfekt. Und dann sind da irgendwie neun Tabellen. Neun mal sechs Formen. Und dann sage ich, Buon Divertimento. Also, ich hoffe, ihr kennt diese Situation. Und dann ist dann so, was soll ich jetzt damit anfangen? Und dann ist dann, irgendwie kommen die ganzen Tabellen einem bekannt vor. Dann will man was sagen, einen Verb irgendwie bilden. Und dann, ah, Moment mal. Und dann schaut man wieder nach und sagt, welche waren, welche will ich jetzt? Welche meine ich denn jetzt? Okay. Kennt ihr diese Situation? Mal ein kurzes Feedback. Sonst rede ich ja da vorbei, weil darauf baut ein bisschen meine Übung auf. Also, kennt ihr diese Situation? Irgendwie sind diese Formen bekannt. Es ist nicht komplett zuortbar wie im Deutschen. Si, okay. Grazie, Silvia. Okay. Und für das, das ist jetzt die Standardmethode in Büchern klassisch. Und dafür habe ich jetzt die Sprungbrettbeckenübung ins Leben gerufen. Und, äh, sono cattivo, lo sorge, sono cattivo, Dani, scusate, eh. Pero io, eh, non, eh, vivo rei bene, eh. Genau. Dafür habe ich diese Sprungbrettbeckenübung gemacht, dass ihr einfach wisst, in einer Tabelle jetzt, ja, anstatt prendo, prendi, prende, prendiamo, prendete, prendono. Dann lest ihr das, zudecken und dann wieder prendi, prende, prende, nee, nee, es fängt ja an mit prendo, prendo, prende, prende, was wollte ich sagen? Plem, 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 plem. Tu nicht, Uwe, perché tu hai studiato solo con me. Bravo, Uwe. Grazie del complimento. Okay. Also, und da ist diese Sprungbrettbeckenübung dafür, damit man diese Tabellen mal anders sieht, dass man weiß, ah, prendo, die Ich-Form, ja, ich sage jetzt im Präsens, die Ich-Form ist eigentlich immer schön abrufbar, ja, und da kann man oft, nicht immer, ja, aber sehr, sehr oft bei den Nicht-A-Verben, ja, von der Ich auf die Sie, Plural, ja, prendo, 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 capisco, capisco, finisco, finisco, genau, um diese Tabellen. So, und jetzt diese Stufenübung, die ich auch schon mal gemacht habe, beim letzten Mal nicht, die werden wir heute nochmal vertiefen, die geht darum, dass man dann alle Tabellen im Kopf hat und zugreifen kann. Das heißt, wann man dann einen deutschen Satz hat, wie zum Beispiel, wärt ihr zu Hause? Würdet ihr gerne zu Hause sein? Seid ihr eigentlich gerne zu Hause? Seid ihr zu Hause gewesen? Seid ihr zu Hause? Wollt ihr zu Hause sein? Warum könnt ihr nicht zu Hause sein? Spürt ihr das? Und für solche Sätze müsst ihr die jedes Mal reinschauen, welches passt jetzt? Welches passt? Und das wollen wir heute mal versuchen zu eliminieren. Es wird sicherlich nicht heute in alles erledigt werden, aber letztendlich, ich will heute mit euch anfangen, dass ihr von Essere, von Essere, alle diese Tabellen, ohne nachzuschauen, einfach abrufen könnt. Wie piacerebbe? Würdet euch das gefallen? Wie piacerebbe? Ich hoffe, dass ihr das gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr das gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr das gefallen hat. Okay. Ich weiß, es gibt ein paar, die da schon ein bisschen mehr drin sind. Und dann helft ihnen doch auch. Questa è la nostra comunità italiana, che vuoi vi aiutate l'uno l'altra o l'uno l'altro. Bellissimo. Quindi, jetzt machen wir mal nur kurz ein Paradebeispiel für Verlängerung. Ich werde jetzt mal einfach mal switchen. Okay. Für Verlängerung, für Sprungbrettbecken. So. Wenn ihr Parlare seht, welche Form fällt euch ein? Für alle, die jetzt neu sind oder nicht bewandert, die würden jetzt sagen, ja, parlo, parli, welche wie. Nein, Parlare bringt euch nur auf eine Form. Das dürft ihr mir schreiben. Parlare, ottimo. Okay. Dann das Nächste. Posso. Posso bringt euch auf eine Form. Posso, Posso. Ihr seid cool. Ah, Nikolas. Ah, Elke. Okay. Elke, bei Parlare, der Grundform will ich immer nur die Irrform, weil das ist schön. R mit T austauschen, das funktioniert auch immer bei Unregelmäßigen. Posso, Posso, sehr gut. Das Nächste. Andremo. Und. Andremo. Seht, ich switch jetzt in der Zeitraum, aber das wollen wir, das wollen wir, das. Non ci interessa. vogliamo solo collegare le cose, le forme simili andremmo, mamma mia siete preparatissimi dann nehme ich doch dieses Wort preparerei preparerei andremmo, ma siete grandi preparerei 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 siete grandi preparerei ok, und was ob das ich, du, von ist uns völlig egal das nächste, ascolta ok, una godura in Guinness potrei, conoscete il film Matrix c'è quella scena che lui sta davanti all'inizio del film sta davanti sta guardando la Matrix quel 0, 1, 0, 1 e c'è poi Neo oder Neon Neo, mi sa che si chiama e dice ma tu ci vedi qualcosa e lui si, io mi rilasso e vedo tutto vedo le biondine vedo un bar vedo una bistecca und so könnt ihr es jetzt mit diesem machen wenn ihr mir das schickt allora aus was hab ich denn geschrieben? es ist halt zu schnell ascolta also aus ascolta wird ascolta no ascolta no genau die A-Verben auf der A ascolta könnt ihr einfach verlängern dann habt ihr wieder die si mehrzahl ascoltate ver dann von ascoltare ascoltano ok ottimo machen wir noch eins ok sta facendo wie könnt ihr denn das das ist ein sprungbrett in welches Becken sprecht ihr dann sta facendo sta facendo scrive i primi stream in diretta era abbastanza non c'era tanta interazione per iscritto diciamo però mi piace un po' per iscritto un po' più lentamente bravissimi stanno facendo ma che bello che bello vi dico una cosa che se voi non aveste imparato in questo modo se voi non aveste guardato in i video seguito questi consigli magari chi non mi conosce avrebbe detto forse sta facendo o sta facendo perché questo facendo che non cambiate che non avete cambiato also das mal kurz auf deutsch dass dieses facendo nicht geändert wird das ist nicht so selbstverständlich ist auch ein sehr gern gemachter fehler das ist nur für euch mal der beweis auf welchem level ihr seid siete un livello faccio il capello bello ok stanno facendo ok va bene so und jetzt machen wir eine kurze übung essere un sapere weil wir haben ja diese sprungbrett becken übungen zuletzt auch mit konditional futur gemacht also würde und wäre ok würde und wäre und das ist so ähnlich ok also jetzt macht ihr erstmal springt erstmal und jetzt nicht mehr schreiben jetzt machen wir schnell ok sarah 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 sapra saprano sapremo 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 spürt ihr was sarro und sapro es ist total ähnlich nur durch dieses p unterscheidet sich das wort sein und wissen und jetzt in den kleinen eselbrücken denkt an sapere Homo sapiens, sapiamo, ja, mit den P ist immer das Wissen, okay, machen wir nochmal ein bisschen Sprungbrettbecken, sarei, sarei, saprei, saprei, sapremo, sapremo, sapra, saprano, sarei, sarei, ja, ist leicht für euch, okay, und nicht auf Deutsch und nicht auf Italien. So, und jetzt, um euch, diese Sprungbrettbeckenübung, habe ich ja auch dann immer wieder mal, oder höre ich, oder kann ich schon ahnen und verstehen, dass man sagt, ja, aber ich weiß jetzt nicht, was ist jetzt was, ja, ist es jetzt, ich wüsste und ich werde wissen, ist es, ich wäre oder du wärst, und jetzt lasst euch einfach von eurem Brauchgefühl treiben, ihr wisst es, das mit dem P ist Wissen, und jetzt spielt einfach, ja, welche, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich wäre, ich, bitte nicht schreiben, ich sage es euch dann, ja, wir machen das ein bisschen schneller, ich wäre, ja, dann überlegt mal, okay, das ist nicht das mit dem P, und dann überlegt mal, ist das ein Sprungbrettwort oder ein Becken, ah, das ist ein Sprungbrett, sarei, ja, okay, bene, ich wüsste, saprei, wir wüssten, wir wüssten, sapremo, wir werden wissen, sapremo, werdet ihr sein, werdet ihr sein, sarete, wirst du sein, sarei, ich wäre, sarei, du wüsst sein, sarei, wäre er, sarebbe, wird er wissen, Ah, jetzt haben wir wieder wissen, P, sapra, Sprungbrettwort, sapra, werden die wissen, Sprungbrettbecken, saprano, wüsstest du, sapresti, wirst du wissen, saprei, wärst du, saresti, wärt ihr, saresti, wüsstet ihr, sapreste, okay, okay, diese Übung, ich hatte das letztes Mal schon gesagt, oder vielleicht habe ich es in irgendeinem Skype gesagt, l'ho detto, du hast es in irgendein Skype, aber l'avevo detto, ja, non so, comunque, also, in dieser Übung geht es einfach darum, dass dir diese Formen ja durch dieses Sprungbrettbecken sind, die ja bekannt irgendwie, ja, du weißt, saprei, sapremo, und dein Bauchgefühl, weißt schon, dass sapremo sicherlich nicht sein heißt, ich werde sein, ja, und der Trick ist der, ihr denkt, ah, ich wäre, ich wäre, oh, was heißt denn ich, oder wäret ihr, das ist ein schöner, ja, wäret ihr, dann werdet euch mal bewusst, okay, wäret ihr, und das ist jetzt mein Tipp, das letzte, so eine Form, alle Formen, präsens, konditional, futur, ist entweder ein Sprungbrett oder eine Beckenform, und wäret ihr ist Sprungbrett, äh, eben, scusate, ist Becken, sareste, ja, weil das Sprungbrett ist saresti, ja, Okay, und agora una grande Confusione, lo faremo nelle prossime settimane. Auch hier, ihr schaut euch ja den Stream nochmal an, ähm, genau, lasst euch einfach treiben von den Formen, die ihr kennt, und ihr kennt alle, sarro und sapro, und von da könnt ihr dann, ähm, es gibt, äh, für jedes Sprungbrett gibt's ein Becken, äh, außer für das Sprungbrett saremo, also für die Futur, da habe ich ursprünglich immer saremo, äh, saremo, und dann habe ich beim letzten Mal noch eins hinzugeführt, weil die hat uns immer gefehlt, sarete, ihr werdet sein, äh, okay, va bene, jetzt machen wir eine andere Übung, ein bisschen passiv, das fühlen können, ähm, die sogenannten reflexiven Verben, okay, ihr wisst, die reflexiven Verben sind in der dritten Schublade, die dritte Schublade Verben, va bene, ich werde jetzt nur was mit denen machen, und, ähm, sage jetzt irgendwie eine Sätze, hm, Sbrigo, Sbrigo, Sbrigo ist von Sbrigarsi, ja, weil das Wort sich beeilen, sich beeilen, wie im Deutschen, ihr könnt nicht sagen, ich beeile, da fehlt ja immer noch ein mich, okay, und die Übung ist jetzt die, ihr hört die Person raus, ja, welcher, zum Beispiel, ich sage jetzt, äh, äh, G, ähm, das sage ich jetzt natürlich nicht, das G, das sollt ihr ja sagen, ja, alziamo, alziamo, und dann spürt ihr, ah, das ist ja die Wir-Form, ja, und jetzt denkt wieder zurück an eure dritte Schublade, in der dritten Schublade, wo diese reflexiven Verben sind, da blinken so fünf kleine Wörter auf, die immer irgendwie, die müssen auf jeden Fall kommen, genau, die fünf, Mi-T-C-C-V, okay, die, eins von denen fehlt jetzt in den Sätzen, die ich euch sage, okay, in Sbrigo fehlt Mi, und jetzt meine Bitte an euch, sagt nicht nur Mi, weil Mi alleine ist kein Satz, ja, also sagt dann wirklich Mi-Sbrigo, damit ihr euch auch daran gewöhnt, ja, Mi-Sbrigo, mit diesem Mi-T-C-C zu arbeiten, ja, okay, okay, va bene, siete pronti, okay, also, ich sage jetzt irgendeine Form und ich switche jetzt wild durch, ja, ich switche in die Zukunftsform, konditional, e überall hin, ja, mit wollen können, hm, Mi piace, okay, dann schauen wir doch mal, okay. Deves brigare, Deves brigare. Deve, Si, Si, Deves brigare, er muss sich beeilen, ja, okay, und ich switche mit irgendeinem Reflexivverben rum, okay, Siamo seduti. Siamo seduti. Ci, siamo seduti. Alzeremo. Genau, bitte nicht schreiben, Si, Deves brigare, ich werde es jetzt relativ schnell machen, hè. Alzeremo. Ci, Alzeremo. Ihr könnt es auch ab und zu dranhängen, das Si, Mi, Ti, C, V, aber diese Übung geht jetzt nur vorzustellen, nur vorzustellen weil man das nicht immer dranhängen kann C, ok, ihr schreibt wie ihr wollt, ok, dann schreibt weiter wenn ihr wollt, ok, aber ich bleib weiter in schnell ok, schauen wir mal wer ist, wer ist eine bella battaglia zwischen uns ecco, questo mi piace, venerdì sera eine piccola Sfida, eine battaglia chi vince, prende una bottiglia in più, ok vabbè, io mi son meritato la bottiglia di vino, auch mal, anche due per i 5000 abbonati, va bene allora, continuiamo ricordi ti ricordi dobbiamo ricordare ci dobbiamo ricordare sta alzando si sta alzando, è alzato si è alzato dovremmo sbrigare dovremmo sbrigare ci dovremmo sbrigare dovreste sbrigare dovreste sbrigare vi dovreste sbrigare potresti alzare potresti alzare ti potresti alzare alzerebbe si alzerebbe farebbero fare come auch reflexiv si farebbero also, das ist noch nicht zu Ende sie würden sich gönnen sie würden sich machen si farebbero farebbe auch si farebbe alza si alza è ricordato è ricordato si è ricordato alzano auch si ihr habt es in diesen Tabellen fällt euch das immer auf in den reflexiv die si mi ti si ci vi si seht ihr und bei meiner dritten Schublade sind aber nur fünf Wörter drin weil die si muss ich ja nicht doppelt reinlegen das kann ich ja für alza oder alzano verwenden ok potresti sbrigare grazie Nicolò potrei sbrigare mi potrei sbrigare sbrigarai ti sbrigarai alzi ti alzi farebbero si farebbero alzerebbero si alzerebbero devo preparare devo preparare mi devo preparare ok ja das ist ein bisschen tricky aber ich hoffe ihr habt jetzt durch das raushören ja also ich sag's mal so ich lehne mich jetzt mal ah das ist auch Miss Bilancio Bilanciarsi ist ein cooles Wort von La Bilancia Bilancia dass es vielleicht dann doch nicht einhalten oder stimmt ja ok ich lehne mich jetzt mal raus Miss Bilancio ein paar ich glaube in der Meinung der Überzeugung je weniger ihr bei dieser Übung ja zum Beispiel star alzando je weniger ihr auf Deutsch übersetzt versucht habt desto eher ist euch das mi tcgv eins von denen eingefallen oh belles artizio grazie Dani spürt ihr das wann immer es schwierig wurde war dann schon wieder star alzando heißt das jetzt gerade oder nein das ist spürt es star aber ihr Bauchgefühl weißt das schon ok jetzt machen wir das diese Übung machen wir eine kleine Übung noch dazu und zwar sagen wir mal diciamo della serie nach dem Motto della serie Michele cattivo ok allora facciamo lo stesso esercizio adesso facciamo lo stesso esercizio però io adesso userò verbi riflessivi del terzo cassetto als verbi aus der dritten schupplade o aus der ersten schupplade del primo dal primo cassetto ok quindi voi dovete sapere quando manca un miti ccv è quando non manca ok se non manca non dite niente o non scrivete niente ok allora sentite il verbo riflessivo cominciamo ok dobbiamo concentrare dobbiamo concentrare ci dobbiamo concentrare devo preparare also concentrare wir müssen uns konzentrieren irgendjemanden konzentrieren devo preparare devo preparare kann auch alleine stehen ich muss vorbereiten irgendwas aber du könntest das auch sagen mi devo preparare mi devo preparare ok farà ah ok moment è fatto male è fatto male è fatto male da fehlt was si è fatto male weil fare ist eigentlich mit haben also è fatto ist gemacht ah er hat sich weh getan könnt ihr euch erinnern die reflexiven müssen mit essere ok das überspringe ich jetzt weil ich jetzt davon ausgehen dass ihr das kennt si è fatto male farà bene farà bene si farà bene ne witzig nein farà bene da fehlt gar nix farà bene ok far bene continuamo sprigeremo sprigeremo definitiv ci sprigeremo siede 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 fehlt da was ja setzen da muss auf jeden Fall si siede si siede andrebbero andrebbero no niente no dovranno alzare dovranno alzare si dovranno alzare dovranno parlare dovranno parlare ok questo solo possiamo fare anche la prossima volta possiamo continuare con questo esercizio questo esercizio vi spiego in italiano l'ho fatto perché spesso magari anche voi conoscete la situazione quando studiate molto con i verbi riflessivi quando fate un esercizio con i verbi riflessivi che poi tutti i verbi diventano riflessivi e questo è un po' per esercitare stop non tutti i verbi sono riflessivi alcuni si bisogna mettere alcuni no e alcuni si può anche scegliere ok adesso passiamo al mio esercizio l'ultimo esercizio dei gradini stufi ganz wenig denkt ja und das ist ja mein ziel so wenig wie möglich an denken um so viel wie möglich regeln im kopf zu haben und und derzeit nimmt mal hört mal zu schaut mal an ich habe nämlich einen neuen tanz kreiert ok 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 das ist eins zwei eins zwei also das ist immer zwei zwei das ist mein tanz ok zwei zwei und in die mitte eins das ist mein erster teil ok es geht noch weiter ok zwei zwei eins hobby lust ist das ein cooler tanz also ich also alle viel neu sind ich will damit erreichen dass ihr an alle formen denkt ja geh rund kultur kondition und alles ok das ist zwei zwei eins hobby lust ok ich mache jetzt wie mit dem hintern ok ok also tanzt mal ein bisschen zwei zwei eins hobby lust zwei zwei eins hobby lust zwei zwei eins hobby lust ok habt ihr das zwei zwei eins hobby lust ok schauen wir mal was soll das bedeuten ich werde jetzt noch ein paar formen und zeiten ausklammern ich werde jetzt nur die machen um die wir uns jetzt konzentriert haben in den letzten wochen zwei zwei eins hobby lust bedeutet in der gegenwart im hier und jetzt kannst du zwei formen mittlerweile sagen jetzt ich gebe euch mal alle beispiele oh michele ah piccolo gioco di ruolo michele ma tu già sai tuo figlio povero figlio perché lui si dovrà vergognare perché ti vede qua fare questo ballo del quacqua e neanche ti sei esercitato l'hai fatto così spontaneamente zwei zwei eins hobby lust non potevi mettere un po' più di ritmo ok va bene hai fatto il workout oggi allora zwei zwei eins hobby lust mangio sto mangiando ist die erste zwei die erste zwei die mangio sto mangiando zwei formen in der gegenwart die zweite zwei sind die zwei r formen die zwei r formen sind oft gut grammatikalisch konditional und futur ihr wisst mangiaro und mangiarei mangiaro mangiarei ok zwei zwei jetzt kommt eins eins ist o mangiato o mangiato das ist die eine vergangenheitsform ihr kennt auch andere aber die die ich bisher nur gemacht habe jetzt gleich ein kleiner ausblick was jetzt die nächsten wochen und monate angegangen wird ist imperfetto und conjuntivo imperfekt und konjunktiv ok die einen applaudieren sich die anderen holen schon jetzt den strick aber bevor du den strick holst vertrau mir ich glaube ich habe den kniff raus ok also gib mir eine chance es ist nicht so schwierig mit dem konjunktiv va bene ok eins ist o mangiato zwei zwei eins hobby lust und das hobby drückt ihr eigentlich immer aus mit mi piace mi piace welche schublade ist mi piace zweite schublade secondo cassetto quindi mi piace ti piace li piace le piace ci piace vi piace mi ti li le ci vi und jetzt lust ist mi piace rebbe der unterschied zwischen mi piace und mi piace rebbe auch hier übersetzen wir mal in reale kommunikation mi piace verwendet ihr wenn ihr vor eurem hobby verlieben und mi piace rebbe ist ich würde halt gerne lust ich hätte da Lust grazie sabine bravissima es ist nicht mi piace rebbe jocara tennis ist spiel hab vielleicht noch nie gespielt ich würde halt gerne aber mi piace jocara tennis ja das spielst du gerne ok 2 2 1 hobby lust oder vielleicht irgendwie so in der italienischen melodie ok muss ich mir vielleicht ein lied einfallen lassen 2 2 2 1 hobby lust und was machen wir jetzt jetzt habe ich was fieses vor ok jetzt machen wir erstmal was ok was normales verb ok ich bin ein idiot machen weil also ich versuche so gut es geht immer auf meinen livestreams aufzubauen aber manchmal sind halt cisono delle repetitioni ja mit dem wie dem aqui piace und fragole ok so ja ihr seht mich gut va bene also ihr habt jetzt das nackte bild guardarium film und ihr habt ja alle intus diese ich du er wir ihr sie erste person zweite person dritte person davon gehe ich jetzt mal aus und was wir jetzt machen ist guardarium film 2 guardo un film ok und dann die andere zwei ist sto guardando un film aber das will ich jetzt nicht ich will dass ihr guardo un film und dann aber das nächste zwei ich die du form sagt also das gilt dann so ich du er oder sie wir ihr ok und si mehrzahl ok das heißt ich will für alles eine andere person haben und dann schlagen wir mal alles in einem erzählen euch das mal an wie das mit guardarium film ist guardo un film stai guardando un film guarderà un film guarderemmo un film ho guardato un film ho guardato un film eins dann hobby hobby ist jetzt bin ich selber rausgekommen weil ich jetzt hier gerade was gesehen habe ok jetzt nochmal ich mache es jetzt noch einmal auf deutsch ok jetzt lassen wir nicht mehr als husade ab und zu lassen mich ablenken weil ich habe eine notiz bei mir gesehen und habe mir gedacht das habe ich vergessen aber das kann ich nach einbauen ok also ich mache euch jetzt nochmal den tanz zwei zwei eins hobby lust ok und dann ist es so ich tu er wir ihr sie ich sieben Formen ich tu er wir ihr sie ja und ich ok allora rediamo also ich mache es euch jetzt mal vor mit von guardarum film guardo un film stai guardando un film guarderà un film guarderemmo un film hanno avete guardato un film dann hobby gli piace guardare un film und dann nicht wieder wie ich form mi piacerebbe guardare un film ok ich helfe euch jetzt ok also wir machen das nächste bere un café ok ganz langsam zwei zwei eins hobby lust bevo un café stai bevendo un café berra un café oder ich mache den conditional berrebbe un café berremmo un café und ich hoffe avete bevuto bevuto un café gli piace bere un café mi piacerebbe bere un café mamma no Heinz ok andare in italia ok tutti zwei vado vado in italia stai andando in italia andrà ich mache jetzt immer die Futurform zuerst andrà in italia andremmo in italia siete andati in italia gli piace andare in italia mi piacerebbe andare in italia ok mamma no ma andare in italia ok vado in italia stai andando in italia andrà in italia andremmo in italia siete andati in italia gli piace andare in italia mi piacerebbe andare in italia 2 2 1 hobby lust 2 2 1 hobby lust machen wir noch eins ok gib mir lo fafare gib mir lo fafare womit tu ich mir das nur an ok bin ich bin ich zu fies so und jetzt so jetzt habe ich viel auf deutsch geredet ok jetzt bin ich schon wieder am überziehen 5 minuten gebt ihr mir noch ich erzähle euch jetzt eine geschichte wir machen jetzt diese übung nochmal ok aber warum ich die jetzt so gemacht habe und jetzt anders war jetzt eine kleine geschichte auf italienisch ein paar Leute von euch kennen die schon von mir ok c'era una volta für alle die die jetzt auch viel deutsch waren c'era una volta un veramente un grande maestro un compositore un compositore di musica classica sì uno dei migliori di tutti i tempi e lui aveva un allievo molto bravo molto in gamba con un grande talento al pianoforte e questo maestro aveva questa pazza idea di scrivere un pezzo veramente molto bello molto bello da suonare sul pianoforte molto bello ma molto complicato ok allora un giorno poi questo maestro gli fa all'allievo senti ho scritto questo questa composizione sì è una composizione da suonare sul pianoforte io adesso vado in vacanza per una settimana e poi in questo periodo in questo lasso di tempo ti potrai esercitare perché fra una settimana dovrai suonare questo pezzo qua questa composizione davanti a un pubblico questa è una storia pre-covid davanti a un pubblico diecimila persone e sì buon successo questo allievo chi me lo fa fare chi me lo fa fare vuoi mettere i miei di no dice no no allora questo allievo perché il professor il maestro se ne è andato subito e lui si esercita e fa e studia e fa e pratica si esercita giorno e notte le occhiaia così dopo sette giorni così torna il maestro bello abbronzato riposato si vedeva in faccia una faccia da vacanza come direi io e fa e com'è andata e ci riesci adesso fra due ore comincia il tuo grande spettacolo il tuo grande momento e l'allievo gli fa senti io ci ho provato giorno e notte mi veda però non ci riesco questo pezzo questo questa composizione è troppo complicata non per amor di dio non ci riesco cosa fa quello sfacciato di compositore di maestro che cosa fa quello sfacciato questo frec questo fa faccia come se unico si prendi quel cosa strappa tutto lo butta via e gli dà all'allievo un pezzo che l'allievo già conosceva che aveva già suonato parecchie volte una centinaia di volte che sapeva suonare molto molto bene e vi potete immaginare quella notte quel pezzo che lui già conosceva mai in vita sua ci è riuscito a suonare così bene così perfettamente questo pezzo allora questo questa storia che cosa vi voglio dire questo esercizio che abbiamo fatto sono stato io il cattivo sfacciato maestro vi ho dato un filo da torcere wie sagt man das auf was zum knabbern sage ich auch un filo da torcere überlegt also irgendwie ich habe euch eine Herausforderung gegeben wir ho dato un filo da torcere und jetzt machen wir dieselbe Übung 2 2 1 Hobby Lust nur mit einer Person ok nur mit einer Person Was nemmen wir Aprire una bottiglia di vino ok 2 2 1 Hobby Lust ok adesso basta Michele ok allora Aprire una bottiglia di vino alles in der ich vor Erste 2 Apro una bottiglia di vino Sto aprendo una bottiglia di vino Aprirò una bottiglia di vino Aprirei una bottiglia di vino Ho aperto una bottiglia di vino Schöne Sobi Mi piace aprire le bottiglie di vino e mi piacerebbe aprire una bottiglia di vino und es ist jetzt leichter gewesen nur in der Ich Form scrivetemi wie war das jetzt der Unterschied molto più facile wie geliefert also ich würde sagen wie geschmiert würde ich jetzt noch nicht so weit lehne ich mich jetzt nicht aus dem Fenster raus aber fast wie geschmiert scrivetemi scrivetemi nur positive Feedbacks viel leichter oder ok und jetzt empfehle ich euch eins macht diese 2 2 1 Hobby Schritt Hobby Schritt Hobby Lust 2 2 1 Hobby Lust macht es einfach mal für eine Person immer für die Du Form wenn ihr spazieren geht und zum Abschluss mach mal eins noch also alzarsi alle sette alzarsi alle sette mi ok alzarsi alle sette setzen schmahn für alzarsi mal nur alzarsi ok oh ok mi alz so mi sto alzando mi alzeró mi alzerei mi sono alzato mi piace alzarmi mi piacerebbe alzarmi ok, heute habe ich euch wirklich um Filo da Torture gegeben ok, vielleicht, ja, ich habe mir gedacht, ich wusste, dass es schwierig wird, ja vielleicht habe ich euch auch zu viel zugemutet heute schaut es euch doch nochmal an, aber vielleicht, wir werden daran weiterarbeiten ok, aber nehmt doch vielleicht eins mit all diese Tabellen in Zukunft, wenn ihr das seht, all diese Tabellen sind nur 2, 2, 1 und Hobby und Lust ist jetzt mit dem mi piace das kommt da nicht rein, aber in der normalen Kommunikationssituation sagt man schon ich würde gerne einen Kaffee trinken, trinken wir einen Kaffee, hast du einen Kaffee getrunken ja, meine Frau trinkt gerne Kaffee, ja, das sind alles diese Sätze 2, 2, 1, Hobby, Lust ach, das können wir noch machen, weil ich das eh schon überzogen habe zwei Minuten, ich sage euch mal deutsche Sätze um euch vielleicht nochmal ein gutes Gefühl zu geben ich sage euch deutsche Sätze und überlegt mal also, ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel sowas wie, wärst du zu Hause wärst du zu Hause, übersetzt übersetzt mal den Satz nicht mit wärst du zu Hause ist es 2 2, 1 Hobby, Lust wie müsstet ihr den, in welchen Schritt müsstet ihr geben in diese 2 ist jetzt egal, übersetzt es mal nicht wärst du zu Hause, ist in dieser 2 da drinnen und dann wisst ihr, das ist irgendwas mit R in dieser 2 mach mal weiter würdest du gerne einen Kaffee trinken würdest du gerne einen Kaffee trinken das ist ja Lust ah, ok das ist die, also Lust, ja ok wir sprechen gerade am Telefon wir sprechen gerade am Telefon das ist diese 2 es muss irgendwie, wir sprechen gerade am Telefon ähm hättet ihr Lust hättet ihr Lust hättet ihr Lust das ist diese 2 das ist diese 2 das muss irgendwas mit der R sein ja, hättet ihr Lust ja, ok ähm wie wirst du dich vorbereiten wie wirst du dich vorbereiten übersetzt es nicht checkt es nachher nur in Tal diese 2 wie wirst du dich vorbereiten ah, das ist diese 2 ja, diese 2 ist es ja, irgendwas mit R ich übersetze es jetzt auch nicht ja, ok ähm ähm wir sind gerne zu Hause wir sind gerne zu Hause wir sind das ist nein das ist Hobby Hobby mit gerne ist immer ci piace essere a casa jetzt übersetze ich euch das mal wir sind gerne zu Hause spürt ihr das vielleicht werdet ihr iniziamo ok machen wir das ich glaube das gefällt euch jetzt so was ich so sehe ich glaube das fällt euch jetzt einfach oder dann machen wir doch noch 2 Minuten ja wenn es jetzt ich meine wenn es jetzt flüssig läuft dann können wir das dadurch zementieren ok mal noch ein paar fiese Sätze 2 2 1 Hobby Lust ok ähm ich würde gerne mehr darüber wissen ich würde gerne mehr darüber wissen ich würde gerne Lust Lust ok wer wüsste das wer wüsste das diese 2 nicht die 1 die Andi wer wüsste das ok ähm das wird mir zu viel das wird mir zu viel auch diese 2 auch diese 2 ich verstehe gerade gar nichts ich verstehe gerade gar nichts diese 2 ok und äh malst du gerne malst du gerne Hobby würdest du was für mich malen ja sehr schön wie das mir macht würdest du was also 2 diese 2 würdest du gerne was für mich malen würdest du gerne was für mich malen das ist ja wieder Lust würdest du gerne würde gerne das ist ja schon wieder die Lust ja ok ähm meine Frau hört nicht gerne Musik meine Frau hört nicht gerne Musik das ist wieder Hobby und was für Musik hast du gehört das ist die 1 und wo bist du gewesen das ist die 1 ja ich stehe gerade hier auf einem Stuhl das ist diese 2 ok und äh ginge es bei dir ginge es bei dir ginge es bei dir würde es bei dir gehen diese 2 das ist diese 2 ähm ich bräuchte noch ein paar Tomaten diese 2 ok das ist doch jetzt mal ein schöner Abschluss oder mit einem positiven Gefühl rausgehen also tut mir leid mi dispiace äh se vio fatto bollire wenn ich euch zum Kochen gebracht habe con quel exercicio prima ich werde trotzdem weiterhin insistieren weil ich glaube äh das ist die Übung vielleicht werde ich sie noch verfeinern aber in die Richtung muss es gehen um diese ganzen ähm tabellen in einem Kopf zu haben also sprich sono habt ihr dann esse ok äh le ultime parole in Italiano äh so che forse oggi è stato un po' duro ähm man falliert die Angst vor den Verben questo mi fa piacere siete stati in tanti come sempre avete partecipato avete sudato ähm però siete stati sempre a disposizione di seguire i miei consigli le mie raccomandazioni ähm sì äh ho fatto saltare i neuroni ottimo esercizio ähm sì ogni tanto però ähm ricordatevi sempre quella storia del maestro del compositore che è quello che state facendo qui ok avete fatto qui poi la realtà per voi sarà molto più facile perché non è mai tanto difficile come ehm con i miei esercizi eh ok äh sì mi godo la serata adesso mi apro una bella bottiglia di vino rosso ähm perché voglio festeggiare 5.000 abbonati vi voglio bene un forte abbraccio ciao ciao alla prossima ich ja ah eins hab ich vergessen eins hab ich wirklich vergessen ich werde so viel gefragt wo man die Termine von meinem Livestream sehen kann die Termine werde ich kündige ich immer zu Beginn des Monats auf meinem Kanal unter Community an also da ich empfehle immer schaut alle ein bis zwei Wochen ähm auf den Community da habe ich immer wieder Termine Neuigkeiten also da seid ihr dann ad giornati up to date ok ciao eu me ne devo andare ciao 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 Vielen Dank.